Hallo ihr Lieben, Bayern ist bunt und das soll man auch sehen. Wir von der Grünen Landtagsfraktion finden, dass hier bei Medien und Film noch jede Menge Luft nach oben ist. Um sowas zu wissen, braucht man natürlich Zahlen. Wir haben eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt, wie sieht es denn aus mit der Vielfalt im Film- und Medienbereich? Wo fließen die Fördermittel hin? Antwort, man weiß es nicht so genau, denn niemand zählt. Darum beteiligen wir uns an einer Studie, die Citizens of Europe gemeinsam mit vielen Akteurinnen und Akteuren aus der Film- und Medienbranche zusammen ins Leben gerufen haben. Wir wollen zählen und rausfinden, wie es ausschaut mit der Vielfalt im Film- und Medienbereich. Es ist total wichtig, dass sich möglichst viele daran beteiligen, damit wir hinterher mit den Ergebnissen gute politische Arbeit für euch leisten können. Hier unten findet ihr alle Infos eingeblendet. Macht alle mit und teilt die Studie Vielfalt im Film. Beteiligt euch und bringt auch andere dazu, mitzumachen, damit es auf den Leinwänden und auf dem Bildschirm, in allen Kinos und an allen Filmsets bald genauso vielfältig ist, wie bei uns in den Straßen draußen.